Meine Herren, behalten Sie ruhig Platz. Die Österreicher wollen doch ohnehin nicht, dass wir zu Ihnen ins Land kommen. Ja, das können Sie laut sagen. Vor allem die österreichischen Offiziere haben etwas dagegen. Jansa erarbeitet sogar einen groß angelegten Verteidigungsplan gegen Deutschland aus. Oh. Und man sagt, er war bei Mussolini. Die Kommunikation nach Deutschland hat er überhaupt gekappt. Ohne vorherige Anfrage dürfen keine Auskünfte mehr an Minister Glees Horst erneu erteilt werden. Der Fisch stinkt am Kopf. Da haben Sie wohl recht.